Willkommen zu einer kleinen Livestream-Ankündigung. Diesen Samstag, das ist der 8.9., gibt es einen Livestream ab 20 Uhr. Chat wie immer, hier die 92 live, wie immer zu erreichen über die Own3D-Seite. Achso, der Chat am besten über webchat.quakenet.org. Linke gibt's in der Beschreibung. Gespielt wird alles mögliche. Counter-Strike Global Offensive, Amnesia Custom Stories, Leech of Legends, Binding of Isaac und was wir da nicht alles so finden und haben und überhaupt. Zelda natürlich auch. Und ja, Samstag, 8 Uhr, Open End auf jeden Fall. Und wir schauen mal, was uns dann da alles so einfällt. Ich freu mich drauf, ich hoffe, ihr seid mit dabei. Und ich sage, viel Spaß in den Videos. Bis Samstag, euer Hedi.